Warum habe ich mich mit meiner Diplomarbeit gerade für dieses Thema entschieden und was ist Fusion 360 eigentlich? Fusion 360 ist 3D Zeichen und Planungssoftware der amerikanischen Firma Autodesk. Es kommt ursprünglich aus der Metallbranche und ist auch dafür entwickelt worden, jedoch findet es immer mehr Anwendungen im Hobbybereich, wie z.B. auch bei mir. Ich verwende es für meinen CNC, für meinen 3D Drucker, für roten fotoeristische Renderings und Bilder und basierend darauf bin ich der Überzeugung, dass dieses Programm durchaus einen professionellen Bereich Sinn machen würde. Und deswegen auch diese Diplomarbeit. Am Beginn wollte ich erstmal herausfinden, wie schaut es denn am Markt aus, welche Zeichenprogramme werden von Digitereibetrieben denn bereits verwendet und deswegen habe ich eine Marktanalyse durchgeführt mit einer Umfrage, welche von einem Video unterstützt worden ist, welches Sie jetzt dann im Anschluss sehen werden. Das Video zeigt ganz kurz den Prozess eines Tischler-Projektes, wie dieses von dem Planungsprogramm Fusion 360 unterstützt wird. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020